Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Boss Rush. Genau, nee, wir spielen One Piece Unlimited Cruise 1. Ich bin Dragonios und mein Co-Kommentator ist natürlich Jan aka Jesse666, auch bekannt als der Teufel. Und nun zu der Sportschau. Und nun zu der Sportschau. Genau, wir haben in der letzten Folge den Kampf beim Boss Rush beendet gegen Amok Chopper und sind jetzt mit Lusop dran. Haben sozusagen den ersten Bereich fertig. Das Wetter steht heute auf Amok. Genau, das Wetter ist heute komisch bewölkt in einer Wüste auf Amok. Wüste auf Amok, das heißt anders, als ob es die Wüste Drogen nehmen würde. So. Jojo, ist ja gut. Ist ja gut, ich weiß. Wenn du mit der aufgeladenen drauf hast, kannst du ja auch Zwischenrufe unterbrechen, ne? Ach, brauche ich nicht. Ich weiche den mal einfach aus. So, geht's auch. Der wird jedenfalls nicht lange überleben, denke ich mal. Das glaube ich auch. Also, du siehst ja teilweise echt, wie schnell die zum Boden gehen. Also, ich denke mal, die haben vielleicht eine Energieleiste, die deiner sogar wirklich recht ähnlich kommt. So von der TP-Anzahl, ja. Ich denke mal, die haben vielleicht auch so um die 1000 herum. Ich würde gerne wissen, wie viel Schaden ich mache mit einem Schuss. Das könntest du ja einfach mehr oder weniger so im Versus-Modus mal ausprobieren. Wobei ich nicht weiß, wie viel TP man da so hat. So. Jedenfalls hast du Amok Chopper einfach umgeschossen. Genau. Zum zweiten Mal. Ohne, dass er mich überhaupt gerührt hat. Gut. Enel! Wen willst du weiter mit Lösung versuchen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist bei Enel ziemlich blöd. Ne? Ich glaube, das ist bei Enel blöd. Ähm, hier wird Ruffy zum Einsatz mal kommen. Quasi sein natürlicher Feind. Genau. Finde ich schade, dass Ruffy hier Schaden kriegt. Ja. Das dürfte eigentlich nicht. Okay, er kriegt fast keinen Schaden. Kannst du jetzt mal aufhören damit? Wow, da ist er weit geflogen. So. Tschüss. Theoretisch kann Enel ja auch Ruffy Schaden zufügen. Oh, nur mit Hitze. Ja. Aber die Blitzattacken eigentlich nicht. Oh mein Gott. Au. Das hat nicht mal weh getan, aber trotzdem war es uncool. Kannst du jetzt mal aufhören damit? Damit hat er dich voll getroffen, ne? Ja, ich weiß. Es macht nicht viel Schaden, ich weiß. Vielleicht hat Ruffy sogar wirklich so eine kleine Resistenz gegen Enel. Oh, das wollte ich nicht. Egal. Hat ihn umgehauen. Auch wenn ich glaube, die Cannons haben ihn mehr umgehauen. Oh, hallo Sanji. So, jetzt wird es langsam stärker mit uns. So, Sanji, hier erstmal eine Cannon rein. Ich glaube, ich weiß. Ich liebe diese Attacke. Ich liebe diese Attacke so sehr. Vor allem, wenn du damit voll triffst, ne? Also, wenn die wirklich voll triffst, dann ist der ja auch übermächtig. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Party. Oh Gott. Oh Gott. Das wird er jetzt voll getroffen. Mann. Als Rache. Sanji, das ist uncool. Ich glaube, ich weiß wieder welche. Nein, das wollte ich schon wieder nicht. Was zumindest neun weitere Charaktere sind, die da noch kommen. Okay. Das siehst du dann schon. Ich überlege jetzt, wenn ich jetzt die noch mitrechne, haben wir schon mal. Abwählen, 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 abwählen. Ah, da war ich aus. Wenn du dich gesagt hast, ich bin dem Letzten nicht erwischt, der das Stärkste ist. Es bleiben trotzdem immer noch neun Gegner, von denen ich nicht weiß, welche es sein könnten. Ich bin mal gespannt. So, Sanji, fall um. Danke. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass einfach zwischendurch Gegner kommen. So. Nein. Oh. Ich glaube, du magst die Attacke. Jedenfalls kannst du sie jetzt eh nicht mehr einsetzen. Das stimmt. Er kann seine zwei Attacke aufladen. Ja, Robin hat auch... Oh, er kann sogar Aschura. Ja, Robin hat nämlich auch ne andere Spezialattacke gekonnt. Boah, Zorro. Ohne Witz, du nervst mich. Zorro hat grad sehr guten Schaden gemacht. Zorro macht auch weiterhin sehr guten Schaden. Das merke ich. Willst du vielleicht wechseln? Ja, und zwar... Hallo, ne? So. Chopper. Hier wird... ...ein Rumble Ball benutzt. Denn Chopper macht mir zu viel Schaden. Jo, ja, mach euch. Guck, wie das so abzieht. So, das hat er trotzdem gut abgezogen. Ja, ja, gut, aber... Aber du hast auch dein, äh... Ding jetzt nicht aktiviert. Ah, da ist er einen zweiten neuen Boss. Wer ist denn das hier? Ich überleg grad, wie der nochmal hieß. Kagara, genau. Das sind Sky Islands. Okay. Der Vorfahre von... Ah, okay. Der ist auch cool. Auch wenn er nicht viel kann. Und hat ne böse Spezialattacke. Die will ich gar nicht sehen. Hihihi. Ach, wieso nicht? So, komm her. Oh, du hast ihn... Du hattest ihn gerade kurz gut gelockt, aber... Oh, das ging aber fix. Ja. Perfekt. Ah, das war jetzt nur knapp 10 Minuten extra. Geht doch. Auf geht's in Runde 3. Damit hast du von Ruffys Bande alle außer Ruffy besiegt, ne? Hey, dein Lieblingsgegner. Ja, und mein Ruff. So, komm her. So, komm her. Ich hab's in deine Spezialattacke. Ich würde mal sagen, tot war's. Ne, noch nicht mal. Nö, aber viel Schaden. Willst du dich lieber Rumble aktivieren? Weil bei der nächsten ist Chopper tot. Davor ist er tot. Davor ist er tot. Ich glaube, Chopper wird zuerst drauf gehen. Ja. Du hast recht. Was ist das für eine Attacke? So eine Spezialattacke, Al. Ja, aber was macht der da eigentlich? Er macht dich in diesen kleinen schwarzen Kasten dort und schlägt auf dich drauf und zerquetscht dich damit. An sich ist ja... Halleluja! Hör auf damit! An sich würde ich, dass sie jedem außer Ruffy ziemlich großen Schaden machen. Ja, Ruffy dürfte es in den Kacken Schaden machen. Theoretisch. Außer er hat keinen Haki. So. Also, wobei ich glaube, Moria kann keinen Haki. Das glaube ich auch nicht. Dafür verlässt er sich zu sehr auf seine Spezial... auf seine Teufelskräfte. Mann! Alter! Wie viel Leben hat der! Ich habe ihn jetzt eine volle Spezialattacke reingedrückt. Ja. Der haut gerne auch mit... Du kannst ja noch einmal am besten noch mal reinhauen oder so. Hast ja noch genug SP dafür. Ja, wenn er mich lässt. So, jetzt... Hast du auch selber getroffen? Ja, die letzte. So, Moria ist weg. Sehr gut. Ähm... Nächster ist... Ich werde erst mal... Okay. Oh, nein, ich weiß, was ich machen werde. Und zwar werde ich... Ähm... Das ist, glaube ich, die Hälfte, ne? Nur, was beim anderen steht. Das war... Ich brauche die Angel nicht mehr. So, ähm... Komplett wiederhergestellt. Genau. Ah, okay. Das brauche ich auch nicht. Deswegen... werde ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen. Genau, perfekt. Mhm. Ähm... Zur Not hast du noch Heilkräuter da oben rechts. Genau. Aber... Also grüne. Ich werde jetzt zuerst Chopper zur Hälfte wiederbeleben. Mhm. Werde jetzt auf Chopper wechseln. Mhm. Und werde die Dinger hier besiegen. Ja. Die ganzen Sachen kannst du eh rausschmeißen wie sonst was, weil... Äh... Es kommt eh nichts mehr. So. Hier nach... Du... Du übernimmst eh keine von deinen Heil-Items und sowas. Richtig. Also du hast zwar später noch ein paar Heil-Items im zweiten Teil, wenn du... Wenn du das... Äh... Die Daten übernimmst, aber das sind einfach festgelegte Sachen. Nichts, was du von dir aus übernimmst. Einmal muss ich nur treffen. So, jetzt kann's losgehen. Jetzt fliegen die... Vögel hier. Komm mal her. Die Ziegen. Ich würde jetzt nicht zu lange hier rumlaufen, weil irgendwann laufen die noch viel zu und dann verteilen sie sich wieder zu sehr und dann kicken die die einfach weg und dann... War's das. Alter. Jetzt regnet's. So. Es regnet Ziegen. Was ein Ziegenwetter quasi. Hey, guck mal, wie viel die Alpha-Quente du hast jetzt. Oh, da hat noch eine Meldung. Meldet hat's überlebt. So, tschüss. Okay. Ähm... Das heißt, wir sind jetzt bei 33 bekannten Gegnern und 9, die ich vermute. Dann werde ich Ruffy hier heilen. Oder weil die eklig sind zu bekämpfen. Ja, ich weiß, aber gut. Aber nix machen. Vor allem die Sprungattacke jetzt zu machen, hier. Kriegst du sicher aufs Maul. Fuck. Mach die Sprungattacke als erstes. Meine Güte, hat auf damit. So. Dann ist die schon mal weg. So. Jetzt muss ich nur noch meine Sprungattacke gut treffen. Die wunderschöne... Oh Gott. Ja, da. Direkt in die Mitte. So. Du hast ein paar getroffen. Ja, ein bisschen was. Besser als nix? Ja. Du bist wieder auf halb voll, ungefähr. Hier, schau mal. Vielleicht krieg ich noch was damit. Ich glaub's fast nicht. Solange du die Sprungattacke schnell wegschmeißt. Ja, wobei. So. Ein paar kannst du noch treffen. Die vier. Die drei. Die zwei. Den einen. Was? Nein! Hast du hier noch erwischt, den linken? Ja. Immerhin. Alter. Die vier, die drei, die zwei, den einen. So, Ruffy gegen Ruffy. Wer ist der? Ja, ich weiß da, wo der... Da, wo der Anker drauf ist. Oh ja, schau mal her. Ich hab ich erwischt hätte. Alter, hör auf damit. Kann der Geertsagend? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich könnte es ihm sogar gut zutrauen. Du kannst ja eben zuvorkommen und zuerst Geertsagend aktivieren. Oder versuchen auszuweichen. Naja, weil das nicht funktioniert. So. Reicht mir jetzt. Jet Gatling? Das war Sprint, ne? Hm. Alter. Nicht cool. So. Puh. Dass es noch genug ist für den nächsten Gegner. Hey's. Oh, ich brenne. Ja, da geh ein bisschen zur Seite. Vor allem jetzt gehst du besser ein bisschen zur Seite. Da kannst du auch ruhig laufen. Wow. Weil das tut weh. Ansonsten weiter Jet Gatlingen. So. Also nicht vergessen, du hast da eine gute Reichweite mit dem Jet Gatling. Das stimmt. Du kannst auch Blackbeard aufs Maul hauen, damit schnell. Ne, ich glaube fast nicht mehr. Oder schnell noch Spezialattac einsetzen, falls du das noch kannst. Weil ich glaube, dafür fehlen auch die SP. Und blub 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 weg. Warte mal, warte mal, warte mal. Auswechseln lieber. Giss es. Das macht gerade so viel Spaß. So. Hier. Sekundo. Doid, doid, doid. Boah, wie es ihn halt nicht gestört hat. Oh, oh. Oh, was macht der jetzt? Ach. Die Attacke. So. Jetzt hast du genug gebaut. Und was kommt als nächstes? Der Eismann. Der Eismann kommt. Oh Gott. Eiszeit. Zu Seite laufen. Ja. Das ging nicht. Ich war mit mir im Angriff. Ja. Ähm. Wer darf das erledigen? Ja. Okay. So, ich muss ihn erstmal anvisieren. Mhm. Eiszeit. Fuck. Ich hätte einfach noch hinterlaufen müssen. Mhm. Aber das weißt du ungefähr die Reichweite von Eistime. Okay. Denke ich mal. Okay, das ist weg. Ich brauche die Reichweite nicht mehr wissen. Bartolomeos. Bär. Ähm. In meinen Augen der schwächste Gegner. Ich war auch der erste Boss. Von daher. Ja. Auch wenn er irgendwie den... Meine Güte. Hau auf damit. So. Komm her. Aber trotzdem cooler Charakter. Ja, natürlich. Auch wenn ich ihn ein bisschen arg overused... Also, ich meine... Schau dir an seinen Brustkorb an. Der ist jetzt ein Cyborg. Das ist ja auch so, dass er ein Ballon wäre. Hat der Original nicht auch so ausgesehen? Ja, aber... Der war ja eigentlich von Anfang an mehr oder weniger schon fast ein Cyborg. Nee. Am Anfang war es ein normaler. Mit der Bärfrucht. Ja, aber der wurde ja relativ früh auch zum Cyborg umgewandelt. Also, ich glaube, zu seiner Zeit, als er noch bei den Revolutionären war, war er noch relativ normal. Aber danach... Ich glaube, sobald er bei der Marine war... Wurde er schon bald zu einem Cyborg umfunktioniert. Warum eigentlich? Um ihn stärker zu machen. Das ist eine Frage. Ja, stärker machen ist immer ein guter... Ja, ein guter Grund. Oh Gott. Oh, nein. Wie gesagt, er ist auch schwächer geworden. Ja, das ist mir egal. Es ist trotzdem immer noch ein Nightmare Raffi, ne? Es ist Nightmare Raffi, verdammt. So, ich versuche einfach hier mal ein bisschen auf Range zu bleiben. Lass mich vergessen, er kann auch gut Range. Ja, das ist... Er kann alles. Das Nightmare Raffi... Aber... Was macht er da? Muss ich das verstehen? Griffst du ihn eigentlich? Ich glaube schon. Nightmare Raffi broken. Ich glaube, du hast irgendwie so eine unsichtbare Wand vor ihm oder so. Die einfach nicht passieren kann. Ah, jetzt ist er durchgekommen. Oh, 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 oh. Au, 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 das tut trotzdem so weh. Au! Ist Raffi schnell, Nightmare Raffi? Teilweise, ja. Du kannst aber gut mit Franky raushauen eigentlich. Okay. So. Franky überlebt wahrscheinlich zumindest die Attacken von ihm halbwegs. Und die Sprintattacke von Franky dürfte gut Schaden machen. Und die Schüttelattacke sowieso. Wo zieht der hin? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Ja, du bist gut ausgewichen. Wie gesagt, ich glaube, die Schüttelattacke ist dann sogar noch am besten von ihm. Der Nagelmeister. Mein Gott, Raffi, hör doch auf. Au, au, au. Kannst du mal bitte laufen? Halleluja. So, komm her. Ich kann's auch nicht so oft einsetzen. Die sind halt Poster, die können ein bisschen mehr als du. Ich habe eigentlich gedacht, ich sterbe, aber grad. Special Time. Ah ja, stimmt. Könnt ihr nicht. Habe ich eigentlich beide? Äh. So, ich glaube schon. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir einfach. So, Chopper, komm. Erlebe deine Arbeit. Ja, 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 ja. Ist okay. Ja, ja. Ist okay. Komm. Stell dich doch extra tief da rein, ne? So, schau her. Wie wenig du mir tun kannst. Nämlich gar nichts. So, gleich in die Mitte laufen und weitermachen. Der Endboss. Der Endboss. Ja, ähm, egal. Chopper macht einfach hier weiter Schaden. Guard the pointe, guard the pointe. Kannst du mal aufhören damit? So, Endboss besiegt. Was? Was? Das ging ein bisschen schnell. Das ging echt schnell. Und wieder 10 Minuten etwa. Für den Teil. Auf zu Nummer 31. Du meinst wirklich, dass es 50 sind? Ja. Ich muss kurz alle durch. Na gut, das mach ich auch mal. Oh mein Gott. So. Also theoretisch gesehen würde jetzt noch der optionale Boss aus der vierten Insel fehlen. Ja, okay. Wieder random Gegner. Immerhin, dadurch, dass du keine SP hast, brauchst du keine SP-Attacken machen. Gott sei Dank. Wer fehlt denn noch? Nehmen wir, du kannst du gerade ein paar Heimkapseln wieder besorgen, ne? Fällt mir gerade so auf. Ja, wenn's geht. Und Ausdauerkapseln. Quasi direkt alles hier wieder geheilt bekommen. Okay, zweimal Sprung. Einmal und... Verdammt. Zweimal. Wo sind die alleine hin? Alle tot. Na gut, dann hau ich jetzt die drei auch noch tot. Ja, warte mal. Nichts auseinander gehen. Meine Güte. Das war dann halt so. Man hat halt einzeln, ist auch okay. Oh mein Gott. Sprungattacken zuerst? Ja. Gute Idee. Und schnell herumlaufen. Vor allem, wenn wir die Kanonen einsetzen. So. Aber so hätten wir wieder ein paar Gegner gefüllt, sag ich mal. Ja. Oh Gott. Wow, aber wenn die sich gleich da so weiter sammeln, ne? Ja. Ich sehe es, P und TP Regen. Ich auch. Nämlich jetzt! Ich glaube, du hast viel zu früh dazugehauen. Jetzt will ich nur schnell herumlaufen und alles einsammeln. Ja, aber überhaupt was. P wieder relativ gefüllt. Also wie gesagt, ich glaube, der einzige Gegner, der jetzt noch fehlen würde, ist der optionale Boss aus der vierten Insel. Ich glaube, alle anderen hatten wir jetzt. Ich glaube, die machen nichts mehr, wenn der Anführer weg ist. Ich glaube, die haben einfach keinen Bock. Ich glaube, die hast du jetzt auch gepackt. So. Sie wissen auch nicht, was sie tun sollen. Hä? Was ist los? Was tue ich hier überhaupt? Wer bin ich? Was ist der Sinn des Lebens? So. So. Noch mehr Zombies. Noch mehr Zombies. Wen willst du dieses Mal heilen? Ähm. Sog du wieder? Oder Sanji? Sanji, ehrlich gesagt. Ich merke, dieser Ritter dort, die hast du bisher noch nicht gesehen, oder? Als Gegner. Nee, die habe ich auch noch nicht gesehen. Die sind neu hier. Richtig. Ich dachte, die kommen erst im zweiten Teil. Oh, cool. So. Die droppen wir im zweiten Teil braune Früchte. Als einzige Methode, braune Früchte zu bekommen. Okay. Ziemlich eklig. So. Party Table. So, hat sie irgendwas gebracht? Da links habe ich Heilung gesehen. Und rechts. Und überall. Hol sie dir. Ich versuch's. Immerhin hast du die SP wieder voll. So. Alter, du musst es hören. Ich kann's mir vorstellen. Ich weiß, was die Zombies für Sounds machen. So. Ich muss sagen, diese Ritter sind doch ziemlich abgeschwächt hier. Achso, das ist ständig sprung. Das sei jetzt so aus, als hätten die irgendwie ihren Kameraden da getötet. Hallo. Möchtest du dich nochmal treffen? Danke. Kann man sagen, dass man Zombies getötet hat? Ich weiß nicht. Weil an sich sind die... Die sind ja nicht tot, aber sie sind auch nicht lebendig. Man bekommt von den Fett seines Ohrmannes? Okay. Ja, scheinbar. Oh Gott. CP9. Es sind zum Glück nicht viele von den Teleport mit Finger im Po. Von den Teleport mit Finger im Po. Ja. Ausdrucksweise bei Jessie. So, ich möchte einfach mal... Sie muss... Sie sind mir vollkommen egal, wie die möchte ich jetzt töten. Hm? Kann ich verstehen. Wenn ich mal sehe, wie viele die wieder schon wieder abgezogen haben. Ja, ich hasse sie. Hey, du hast eine Karte bekommen. Oh, das kann wirklich... Wieso hast du dir gerade deine SP geheilt? Ich wollte eigentlich meine ACP heilen, aber auch gar nicht. Hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. So. Du hast Schiffswiebelagrationen bekommen. Ja, bei denen kannst du ja wenigstens noch einen ACP nochmal aufbauen, ne? So. Wenn da überhaupt jemand überlebt. So. Ja. Ja, ich meine, davon sind drei auf einem Haufen. Die dich perfekt umgeschossen haben. So, heilen. Heilung. Meine Güte. Die anderen haben vielleicht was abgegeben. Ja. Genau, perfekt. So. Sehr schön. Ein bisschen... Sanchez ist auch wieder ein bisschen lebendiger. Ja, er ist wieder im Spiel. So, bin mal gespannt, was jetzt noch kommt als Gegner. Treffen wäre gut. Aber er auch. Ich habe mich jetzt absichtlich... Wollte ich mich treffen lassen von ihm. Oh mein Gott. Ach, der kommt direkt mit einer ganzen Horde Gegner. Das geht auch. Ähm. Ich bin gerade am überlegen. Ich bin gerade am überlegen. Robin. Stimmt. Bis auf den Boss kann dir, glaube ich, keiner so schnell was anhaben. Außer die, die mit ihren Fäusten schmeißen. So. Erstmal. Da heile ich mich jetzt mal nicht, weil, äh... Ist mir halt vollkommen wurscht. Mhm. Einfach schnell alles umhauen. So. Vergiss die Schüttel-Attacke nicht, ne? Ja, ich weiß. Aber ich habe immer Angst gehabt. So. Aber den Boss hier werden wir erst in der nächsten Folge machen. Mhm. Hier ist erstmal Schluss. Dankeschön fürs Zuschauen. Falls euch das alles hier gefällt, hinterlasst einen Däumchen nach oben. Denn ihr wisst, ist der Daumen nach oben. Wirkt man. Ne? Sagt das selber. Ihr schreibt es unten in die Kommentare, wie der Spruch weiter heißt. Dankeschön dafür. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.